Ja Lieben, hier ist Jochen von der S21 VTV. Ein kleiner Nachtplatz vom Bau des Autotunnels. So, ihr seht hier wird fleißig Wasser eingespritzt in das Vorloch. Und ich denke, dass wir früher sind. Weil, ich denke noch nicht weiterhin, dass wir jetzt hier den alten Stadtbanken erreicht haben. Und gerade durch den Betonraum. Und jetzt können wir hier nochmal den Blick haben, zurück zum BA24 und der bestehenden Unterfahrung. Und schaut mal, hier ist wieder unser Freund, der Verteilerkasten. Diesmal können wir das viel besser sehen. Das heißt, hier wird dann in Zukunft der Tunnelmond sein. Ja, also genau hier vor uns. So, Verteilerkasten, Linie, so leicht geschwungen. Da kann man sich vorstellen, dass sie in etwa da, wo jetzt die Autos über die Kante fahren. So der, wie sagt man da, der tiefste Punkt des Kreises, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt einen Begriff, da fällt mir gerade nicht ein. Dass es hier zum Liegen kommt. Ja, lieben die 4K, Sony ist auch wieder am Start. Video kommt demnächst. Immer schön Augen aufhalten. Playlist. Baustellenrundgänge folgen. Jawoll, jawoll. tier 2. jeder Nummer 2. Z UNTERTITELMICH. Ich freue mich über das Spiel. In Kanzel. Der, 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 der. Ich freue mich überrascht. Dann in Kanzel. Ich freue mich überrascht.